Moin moin und da sind wir schon wieder zurück. So, weiter latschen wir dem Packonkel hinterher. Okay, hier kommt einiges von hinten. Und schon wieder eine schöne grüne Kiste. Da sind bestimmt wieder viele andere drin. Bei 50 Prozent. Ja, so langsam. Da oben ist noch mal so ein Lautsprecher. Ruland hat seine obersten Scharfschützen hergebracht. Wie heißt das gleich? Vision hat ganz schön Schaden angerichtet. Die falschen Empatoren lassen sich Menschen... Was habt ihr denn jetzt? Durchgelaufen, glaube ich. Im Zweifelsfall mal hier. Achso, ja stimmt ja. Und dann ist wieder ein Verteidigungsevent oder so. Ja, sieht doch noch aus. Jo, komm schnell rein. Ja, und dort vorne bei der Brücke. Ach du Scheiße, was denn hier passiert? So, wir bleiben wieder ein bisschen zusammen, ne? Ja, ja, ja. Achso, ihr seid weiter hinten noch, ne? Ja. Wir sind auf einmal aufgekreuzt. Da reicht dann wieder auch so Lied, wenn man gewaltt. Ja. Hinter uns quasi. Wir sind jetzt noch mal... ...mitten im Dorf. ...mitten im Dorf. Oh. Na ja, zumindest bald den ersten Level des neuen Beherrschungspfades zusammen. Ja, das wär besser. Ja. Krass. Au. Mal Richtung Tor drücken. Ja. Andere Richtung, mir ist eigentlich scheißegal. Hier hinten, also wo wir durchgekommen sind. Ja. Die Starke des Wohnens. Okay, irgendwer Ball hat da. Okay, der, die, der. Ja, wie... Die Linke da ist da. Guck mal auf dem Hügel, ey, ich stehe voll die Masse. Gehen wir gleich mal rein da, oder? Jaaaa, sowas war nicht. Oh, wir können das Special Action Key benutzen. Mhm. Mhm. Irgendein Event war erfolgreich. Ziel in Sicht. So, hier ist wahrscheinlich ja dauert irgendwann erfolgreich gerade. Oh. Gehen wir mal wieder rein, oder? Ja. Die sind offen hier zum Teil aber auch echt im Gemüse da. Genau. So, auf der, beim anderen Tor, da sammeln sich schon ein paar Gegner. Wir sind auch wieder irgendwo die Liegen zu sehen. Hier. Ach, da hinten ist der. Ach, da hinten ist der. So, jetzt wieder hauptsächlich drinnen. Schulter in Schulter abgeschlossen. Icke. Icke. So. Ich glaube, ich habe eine bestimmte Anzahl Events gemacht, oder so. Das war dann die nächste. Ja, cool. Elektromagnetischer Puls. Ich. Tödliche Kombination. Die gefällt mir. Komm zurück, spielt mit. Der nächste, bitte. Der Elite ist wieder auf der Seite, da oben. Mhm. Auf der anderen Brückenseite ist auch noch mal. So ein Katapult-Ding. Was für ein Gemützel, ey. Aber doch, den wird von gelassen. Ah ja. So. Hier höre ich doch. Schasuka. Irgendwas kann man einsammeln schon wieder. Hier ist auch irgendwo ein Aufsicht. Ja. Ah, ne Pasuka. Das ist ein Abflug. Ah, also. Pfff. 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 Ich glaube, die haben zu viel Red Alert gespielt. Das erinnert doch sehr an diese bombenwerfende Zepte-Line. Kirovs! Geil! Genau, Kirovs. Die wussten, dass CNC Remastered jetzt die Tage herauskommen ist. So, Chansukas, wo liegen die denn? Was? Ja, schalte. Ja, ich sehe die. Abgestört. Warum habe ich hier keinen? Der nächste. Oh, über uns ist irgendwas, da steht bei mir Sonder. Ja, ich sehe es auch, aber. Kümmern wir uns drum. Nachdem wir die ganzen Heli, nachdem wir Heli hier schießen gemacht haben. Aber scheiße, keine Wunen mehr. Nachladen, oder? Ach ja. 10, 10 Weiß. Nachladen. Ja, 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 ja. Von Süden, oder? Von der Norden? Ja, da kommt noch einer. Teilnahme voran achtet. Noch einer. Oh, einer. Ah. Man darf ja nicht so sehr früh schießen, weil... Ey. Ich sehe einfach nicht diese Bazookas, wo die sind. Die liegen hier oben rum. Wo bin... Okay, dann bin ich am Falschen oben. Auf beiden Seiten müsste das gehen. Siehst du die Leute überall rumstehen? Yeah, abgeschossen. Ja, jetzt ist wahrscheinlich vorbei. Ja. Ja, jetzt guck mal, was hier oben ist. 82 Prozent. Richtig. Flugabwehr. Sonderbare Schnitzerei. Ach so, ja, die... Da kannst du irgendwie noch nichts mitmachen. Da sollst du später wiederkommen oder so, ne? Ja, ich werde später wiederkommen. Äh, Eck hoch. Wo seid ihr hier bei allen? Okay, jetzt würde ich da mal zum... Zum Aussichtspunkt. Ne, war ich noch nicht. Da seh ich gerade hin. Mal sehen, wo man da am besten hinkommt. Von hier vielleicht. Hier wird los. Wo ist denn Ausziehspunkt? Hm, bei dem Lager auf dem Felsen. Im Zweifelsfall da, wo ich stehe. Ja, hier. Ja, ich weiß. Ja, ja. Entschuldigung. Und hier oben ist... Ach so. Sonderbare Schnitzerei. Ja, das ist aber auch die Brombeeren holen. Was ihr meintet. Die gibt's tatsächlich öfter mal, aber... Keine Ahnung. Habt ihr... Sitting? Moment. Bin noch im Video. Sehe ich gleich. Die Wegmarke von Bumsfrosch. Zum Wund. Du, was hast du gebumst? Ach, nee. Hab ich nicht. Beherrschungspunkt und meine persönliche Wegmarke. Da, Wegmarke von Bumsfrosch. Dann gehen wir da doch mal hin. Ach, da ist noch euch vor Richtung. Sehr schön. Auf dem Weg zu dem Beherrschungspunkt. Da ist ein Propaganda-Lautsprecher. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Was ist hier noch drauf? Ach so, der Wasserfall ist eine Truhe. Okay. Lautsprecher noch. Hinter dem Wasserfall. Erst nochmal Miesmuscheln. Oh, richtig. Ach so, da bist du. Ja, ich habe erst die Dings genommen. Wasserfall. Weil ich gerade da in der Nähe war. Wo ist deine Truhe? Die Wegmarke noch da. Die habe ich gerade weggenommen. Warte. Wo ist hier eine Truhe? In deinem Wasserfall. Da. Da, genau. Da oben, unten, links, rechts. Da, meine persönliche Wegmarke. Genau. Ich habe hier nur Miesmuscheln. Da war deine. Da gehe ich nochmal hin. Ja. Also, weiter oben. Nein, westlich von dir, Olli. Nicht. Ganz weit im Westen. Da ist Saschas Wegmarke. Ja. Aber die befindet sich höher. Weil ich hätte jetzt hier den Wasserfall. Und da dachte ich die wäre. Ach, da. Da hat die auch noch einen Aufsitz. Den hätte ich zuerst, weil ich da in der Nähe war. Der Herrschensbruch. Da, genau. Der Herrschensbruch. Ja, wir wissen was. Ja, ich doch immer nicht. Ich spiele noch nicht so lange. Ich finde es schön, wenn man aufsitzt und dann, äh, im Boden landet. Wart ihr schon im neuen Gebiet, äh, im Bruchbecken? Habt ihr den, äh, Panorama? Äh, nee. Ich will erst mal noch zur Truhe kommen. Die du gepostet hattest. Falsches. Falsches. Pet. Hier ist dieser Einsicht. Und da ist doch auch die Wegmarke. Ach, da ist deine. Jetzt siehst du gerade erst. Ich bin echt komplett falsch gelaufen. Moment. Da wo ich jetzt gerade bin. Da ist ein, so ein Sammelschnipsel hier. Ah, scheiße. Ich bin abgestürzt. Das ist ein sonderbares Zeichen, womit ich wieder nichts anfangen kann. Wo ist denn der Bleifußdorf? Wo ist denn der Bleifußdorf? Wo ist denn der Bleifußdorf? Nördlich von euch. In der nächsten Welt schon. Ich bin irgendwie falsch geflogen, deshalb. Oh, was ist das denn hier? Ich bin hier in der Höhle. Ein Tor. Na, was machen die denn? Was wollen die denn daraus machen? Bist du im Dorf? Nein, noch nicht. Jetzt bin ich drin. Ich bin davor gegen die Tür geflogen. Wie kommt zu euch? Komm auch gleich. Wo ist denn der Scheiß? Wo ist denn der Scheiß? Wo seid ihr? Oben. Ok. Au, au, au. Ich versuche mal zu euch durchzukommen. Autsch. Seid ihr da hinten? Geschossen, ey. Wie krass. Wie seid ihr denn da reingekommen? Ja, ich bin jetzt über die, über Bleifußdorf, in dem ich auf die rote Symbol geklickt habe und habe mich für fünf Werkzeuge dahin fallen lassen. Ich bin stumpf durchgerannt. Oder so. Ja, ich bin rübergekleidet. Also habe ich meine fünf Dinger noch. Noch elegant machen. Das geht ja mal gar nicht. Au, 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 au. Das Gewetzel. Pfeilhage. Geballer. Also jetzt wohl sind die Pfeilwegen. Ja, ja. Irgendwie muss hier ja sowas sein. Ja, ja. Die Elite. Die Elite, ja. So, aber auch da. Das Ding muss weg. Sonst werden wir alle draufgehen. So, wie kommt man da hoch? Dass wir irgendwie hochkommen. Äh. Ja, außerhalb des Kampfes wahrscheinlich. Ah? Wenn man wieder aussitzen kann, außerhalb des Kampfes. Ah, jetzt. So, aufsitzen? Ja, kommt echt an. War lang genug. Information! phảioon supple. Verbrüchend. Da müssen sie schon Herd dazu schlagen. Tödliche Kombination. Kürte stillt. Da offline ist weg. Super. Der eine da unten ist nämlich noch ein Elite. Genau. Da oben sieht auch noch welche auf dem. bäumen oben drauf auch mit fallweg au schon wieder hier irgendwo hier ist ein katapult hier sind ganz viele scharfschützen da sieht man jetzt gerade so viele kriegsvorräte aber man muss sich zurückhalten hatte das dahinten ein bösewicht ja wie schön ein stahlfuß da ist auch öfter komischerweise aber echt orte wo man aufsatteln müsste das mag er gerade nicht oder mit dem special action hochschießen wenn du denn aber den hast du ja nicht immer haut der rein hier ist ein pfeilwagen wieder ich bin direkt gestoppt worden ey what the fuck so irgendwo jemand oben da hinten ah da wäre sogar ein Käfer gewesen wir heilen wie ein wesen sein echten schaffen anzurichten oh der da war rein ey oh ui au au Ich komme durch. Hier. Dass sie auch porten können und dann herfliegt. Jetzt ist er da drüben. Ja. Wo komme ich da jetzt hoch? Ohne aufzusätteln. Du kannst hier nur fliehen. Also ich schätze mal das ist nur zum fliegen gedacht. Ja, aber... So, du kannst aufsätteln. Natürlich. Ja, man muss aber erstmal kurz aus dem Kampf kommen. Ja, so ist das halt. In BVW ja auch nicht anders. Ja. Müssen ja nicht alles BVW. Das ist aber wie im BVW. Oder ist ja auch sonst nicht anders. Ja. Wo ist der jetzt? Da. Da ist er. Hier auf Boden. Das ist ein anderer. Mir egal. Der stirbt jetzt trotzdem. Da muss jetzt mal richtig Damage drauf. Das ist ein anderer. Ja. Der ist ja auch. Der ist ja auch. Der ist ja auch. Auf dem Lager. Oh, was ist denn hier los? Action. Der ist jetzt aber mehrfach hier. Ja, jetzt ist er weg. Glaube ich, ne? Ja. Wobei. Da stand da. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Nee, nee. Kann ich sie noch kurz ernten. Ja. Da müssen wir sehen, ob wir hier rauskommen. Oh. ist hier wohl noch ein aussichtspunkt ja hatte ich jetzt auf der jagd bin ich schon dran vorbeigelaufen hatte ich mir jetzt geholt schon okay da kam jetzt auch irgendwelche meldungen wieder übers funk rein aber ehrlich gesagt auf diesem kampf erhaltet belohnung 5500 punkte was kann man hier ernten was kräuter fröhlich wo da seid ihr das ist noch weiter oben das ist noch nachlaufen sammeln wir immer ein und dann würde ich da diesen einen aussichtspunkt noch mitnehmen oben bei der küste hier ist auch immer wieder ein scharfschütze der nervt warte mal hinten drin bleibst du darin weil ich wollte zum freuen nur weil hier auch reichhaltig auch hier ist gut versteckt die aussichtspunkt haben und Das war's für heute. Die Matze ist mal fett, dass man nicht meckern. Ja. Okay. So, und jetzt zum Abschluss. Ein schönes Ding. Da ist noch ein Dings. Da drin. Da drin? Hm? So, ja, da werde ich mal... Naja, so ein... ...Ehenswürdigkeit hier, so ein... ...so oben links da das... Ja. Gut, dann nehmen wir das noch mit. 42% Kartenabschluss. Unten auf dem Boden ist sie. Oho, ich vor Richtung wieder... ...Eisscherbenfahrt. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. So, das gab nochmal... ...Vorratsgäste ist sie auch. Oh, prächtig. Das gab nochmal einen Erfolg. Oh! Oh, hier wird's eisig. Und ein Puppe, da kann der Lautsprecher etwas weiter hinten. So, dann gehe ich aber kurz fürs Ausmisten auch zurück zur Wegmarke. Oh, hier gibt's ja richtig fett Schaden. Ja, direkt tot. Ja. Ich würde dann aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.